Ja, mache ich gerne für dich. Jede Warze bekommt ein eigenes Video, aber jetzt nochmal den ganzen Überblick von den wichtigsten Warzenarten. Die gemeine Warze Veruca vulgaris, die Pinselwarze Veruca filiformis, die Fußwarze oder Dornwarze Veruca plantaris, die Flachwarze Veruca plane juveniles, Feigwarze Condylomata accuminata, Dellwarzen, Mollusca contagiosa, Alterswarze Veruca seborreica und die Stielwarzen, die Fibrone. Gut, das waren jetzt mal die wichtigsten Warzenarten. Und wie gesagt, jede Warze kriegt ein Video, also guckt sie in den Videos drüben.